Ich glaube, das neue Kennenlernen ist die eine Seite, aber was ich auch letztens oder wir in einem kleinen Post veröffentlicht haben, also weitergeleitet haben, auch dieses Kennenlernen neuer Mitarbeiter ist ein sehr relevantes Thema. Und auch da sozusagen, wir haben das jetzt auch gemacht mit einem neuen, einfach dieser Kontakt im Loop zu bleiben, also in diesen Gesprächen und in diesen Besprechungen mit neuen Mitarbeitern und dass das einfach natürlich am Anfang viel mehr Fragen sich auftun werden als später, aber auch so Fragen wie, du bist jetzt einen Monat da, haben sich deine Erwartungen an das, was du gedacht hast, irgendwie erfüllt oder nicht? Also da wirklich sehr offen zu sein und solche Dinge überhaupt anzubieten, um dem anderen die Möglichkeit zu geben, zu sagen, naja, ich hätte mir das vielleicht so und so vorgestellt und dann, das heißt ja noch nicht lange nicht, dass er vielleicht davonläuft bei erster Gelegenheit, aber man hat zumindest einmal die Gelegenheit und auch die Chance, um rauszufinden, wie, also sich anzupassen oder vielleicht die Erwartungen zu klären oder zu sagen, ja, das können wir eh so machen, aber haben wir noch nie so besprochen. Also es gibt ja dann alle Möglichkeiten, wenn man normal diese Kommunikation am Laufen hat.